So Leute, da bin ich auch schon wieder zurück, nämlich, ich hatte ja noch den Stil freigeschaltet für Lara Croft, die klassische Variante, wie auch ihr das ganz einfach schaffen könnt, verrate ich euch natürlich, ihr müsst in Anführungszeichen, ich weiß, Achtung, ihr müsst in Anführungszeichen natürlich den Battle Pass haben, des Weiteren müsst ihr natürlich hier hinten dann gucken, ganz hinten ist das, wenn ihr noch Level 70, 80 seid, einfach weiter scrollen und dann ist der Stil nämlich hier zu finden. Und für den Stil von Lara Croft müsst ihr halt 31 epische Aufgaben abschließen. War derzeit nicht wirklich zu machen, wegen der Brandgeschichte, wo wir die Gebäude anzünden mussten, aber durch hier die Woche war das halt ganz easy zu schaffen, weil, wie ihr seht, den Stil habe ich jetzt auch schon, da könnt ihr euch natürlich gerne auch das Video angucken, habe ich eben erst hochgeladen und einfach mal vorbeischauen. Und wie gesagt, ihr müsst 31 epische Aufträge für Lara Croft klassisch abschließen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen, wenn ja, gerne ein Like da lassen, wenn noch kein Abonnent ist, gerne ein Abo raushauen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln und haut rein!